Selbst Jonglieren kann man im dritten Learn-to-Learn-Kongress erlernen. Das wirst du können. Mein Name ist Jens Vogt. Ich bin Inhaber der Akademie für Lernmethoden und organisiere den dritten Learn-to-Learn-Kongress. Und zwar am 20. September bis zum 4. Oktober. Das ist online. Das heißt also, man kann von jeder Zeit überall dazu. Was habe ich gemacht? 42 Experten habe ich interviewt, die die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung präsentieren, wenn man so will. 80 Beiträge sind daraus geworden. Es kommen sogar noch ein paar dazu. Das alles sind Lösungen. Lösungen für Probleme, die wir jetzt im Moment gerade mit dem Bildungssystem haben, die Corona verursacht hat und, und, und. Da können wir sehr, sehr viel machen. Das Ganze gehen wir ganzheitlich an. Das bedeutet, wir sprechen nicht nur über Lernmethoden, da werden wir gleich zu kommen, aber auch über Ernährung, über Bewegung, die man machen kann und, und, und. So, dann haben wir hier, für wen ist die ganze Geschichte? Natürlich, für Eltern mit ihren Kindern, für Trainer, für Coaches, für Lehrer. Ich hoffe, dass sehr, sehr viele Lehrer daran teilnehmen. Dann haben wir natürlich noch alle möglichen anderen, die was mit dem Lernen zu tun haben. Beispielsweise Studenten, natürlich. So, Lernmethoden sind natürlich das zentrale Thema, aber nicht nur. Wir werden uns um Gedächtnis kümmern, um Motivation fürs Lernen und natürlich, wie kann ich mit Lernen Zeit einsparen. Das alles, wie gesagt, am 20. September geht's los. Jetzt das Ticket sichern, ansonsten verpasst du wirklich was. Herzlichst, dein Jens Vogt.